Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ich habe mich doch dafür entschieden, denn plus zwei Growth und plus 20% Hitpoints sind besser als Alexandros, wie ich finde. Denn es ist wirklich auf jeden dieser Hitpoint-Bonus und der verstärkt viele Gruppen, also viele von unseren Teams hier um ca. 120 Lebenspunkte. Das ist doch einiges, wenn man sich denkt, pro Team 120 Lebenspunkte, nice. Dauert noch drei Seasons, ich will, dass es schneller ist, rushen wir das Ganze. Und ihr seht hier jetzt, alles was rot ist, ist neu dazugekommen. Und das hat dann, wie gesagt, wirklich durch die Bank geht als mehr rot, weil die gerade heftig am Fighten waren. Ja, apropos, Norak, machen wir gleich mal den nächsten Turn und schauen wir mal, ob die uns angreifen. Farewell. Ja, Baku ist der greatest of the Champions. Das sehe ich genauso. Baku ist super. Baku ist ein sehr wichtiges Mitglied von uns. Ich weiß nicht, ob uns die damit, ob die die Xelesse ein bisschen frotzeln wollten und sagen, du, eigentlich, du bist nicht so toll. Baku ist der Beste. Aber, ja, da haben sie schon recht. Der ist richtig cool. 46 Attack, 50 Defense, 116 Hitpoints, Level 17. Der wird als strong gewertet und das kann ich auch so unterschreiben. Finde ich ganz toll, wie sich der entwickelt hat. Und die haben jetzt auch richtig schöne Hitpoints. Was ich jetzt noch machen werde, bevor ich das Quest angehe, ich werde uns mit Spells versehen. Summon, nein, Unit Spells, genau. Reduces der Attack, nein. 25% of the damage done to the target is reflected back on his attacker. Ja, hmmm, Clock of Forms. An sich nicht schlecht. An sich ganz cool. Xelesia kann da sprechen. Auf wen kann man da sprechen? Ähm. Selected Target, Xelesia oder Baku. Wer kriegt eher den Schaden ab? Baku, weil er vorne steht, würde ich sagen. Zack, Clock of Forms. Perfekt. Wir haben jetzt so viel Mana bekommen in letzter Zeit, dass wir uns da wirklich gar keine Sorgen machen müssen, dass es da zu einem Engpass kommen könnte. Clock of Forms. Jetzt können wir sogar noch einmal casten. Wie oft gehen das noch? Weil theoretisch können wir da natürlich unsere alle Heroes damit ausstatten und alle unsere Heroes mal verbessern. Machen wir das auch bei Norak. Spells. Cast Spell. Äh, Norak. Ah, Cops. Beide dürfte auch. Witzig. Mal Norak. Und, äh, Genomen. Sehr schön. Das ist, das ist, ah, das funktioniert nur auf sichtbare Gegner, auf sichtbare Einheiten wahrscheinlich. Ähm, interessant, interessant. So, warte mal, wo habe ich denn sichtbare Einheiten? Hier, meine Rockalpinos bei. Weil, dass wenn ich da jetzt ein Cast Spell mache, okay, kann ich jeden auswählen, außer den zweiten Cave Bear. Mhm. Okay. Die sind wirklich, das ist ein blöder Bug, den, äh, Stardock einfach nicht beseitigen möchte. Jede Einheit, die hier grau unterlegt ist, verschwindet, sobald sie eine Stadt einnimmt und, oder in eine Stadt läuft. Und das ist halt echt schade. Das ist, ja, ganz klar ein Bug. Cast Spell. So, wen könnte man noch was geben? Da hinten vielleicht der Naressa. Kallus wäre auch eine Idee. Ja, aber ganz schön, ganz schön krass, alle da auszurüsten. Hm. Hm. Ja, komm. Komm, machen wir das. Aber langsam, äh, werde ich mich beherrschen. Na komm, Freilofts gehen wir das auch noch. Freilofts hat eine Armee bekommen. Ich hab da so ein bisschen was geändert. Der kann auch gleich sich den Schatz hier schnappen. Plus eins Fame und zwei Hit-Points. Ganz nice. Und dann wird er weiterlaufen. Der soll da hinten mal so die ganzen Schätze abklappern, die es hier gibt. Die Freilofts hat ein paar Works mit dabei, aber auch starke Tiere. Und bei dem hab ich geschaut, dass alle seine ganzen Leutchen, die er mit dabei hat, auch überleben. Also auch eine Stadt besetzen können, eine Stadt einnehmen können. Denn auch auf das ist dann zu achten. Sollten uns, äh, einer von den beiden da mal den Krieg erklären. Das wäre nämlich dann nicht so cool. Äh, Unitspace. Evade, das haben wir bereits. Dodge, äh, zwei per Air Shard. Und Air Shards haben wir einige. Ähm, Target Unit Receased, äh, 20% plus 10 per Air Shard. Resistance versus Fire, Lightning and Cold Damage. Nice one. Ähm, gerne an Waco. Und das Ganze können wir noch einmal kasten. Ein Xelizia. Und hier haben ganz schön viele Zauber jetzt auf sich liegen. Hm, das ist relativ günstig. Wieso nicht, wieso nicht alle damit ausstatten, alle Heroes? Freilofts, nehmen wir den auch. Wollt euch eigentlich mehr Action in dem Part zeigen, aber vielleicht interessiert euch das ja auch. Mhm, da könnte ich wieder alle auswählen. Spannend, spannend. Äh, Select. Dankeschön. Und Naresa da hinten auch gerne. Solltet ihr irgendwie in Bedrängnis kommen. Guti. Guti. Norak. Nee, der gerade nicht. Naresa, Norak, Freilus hat das bereits. Ja, okay. Dann machen wir mal den nächsten Spell. Vielleicht interessiert euch das ja auch, was es denn alles für coole, ähm, Sachen gibt. Und, minus fünf Hit-Points. Okay, in sein Level, aber es kostet ihm halt auch Hit-Points, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, und Target, äh, Champions Defense is raised by three. One per Earth-Shard, Earth-Shard, Earth-Shard. Äh, auch das können wir gerne machen. Wo sind Celestia und Baku? Beide. Super. Äh, die Punkers haben keinen. Naresa kriegt dann auch noch so einen coolen, äh, Resistance-Vorteil. Genauso wie Kellis. Norak kriegt dasselbe. Steht hier gerade richtig schön auf dem Servierteller. Cast-Spell. Hallo. Select. Gut, ähm, müsste alles sein. Freilus hat es gerade bekommen. Der hat jetzt auch schon ein paar schöne Spells auf sich. Dem kann ich Evade auch noch geben. One per Earth-Shard, Cast-Spell. Passt. Kriegt er auch noch. Ja, das heißt, die kriegen jetzt ganz schön Unterstützung. Wir haben ja die Mana-Punkte, das sollte passen. Ich könnte sogar noch mehr geben. Also ich könnte sogar den ganzen Tieren auch geben, die Spells, die Unterstützungen. Was, äh, ganz nice sein könnte. Aber das ist jetzt mal zweitrangig. Okay, das sieht aus wie die Walk-Bows. Auch interessant. Norak hatte ich gerade. Evade, genau. ihn auch hier. Na gut. Ähm, na Ressa, wo bist du? Du befindest dich gerade im feindlichen Territorium nach wie vor. Und bist dabei, äh, so ein bisschen hier auszukundschaften. Genauso wie, da muss ich raus scrollen, weil ich sie leider nicht genau sehe. Unsere super schnelle Armee, Blackstrikers Army. Die besteht aus lauter Blackstrikern und einer Wolf. Und die sind alle sowas von sauschnell. Die haben fünf Fortbewegungen. Das heißt, äh, wie Feuerwehr bewegen sich die. Und können dazu auch noch relativ gut überleben. Zumindest mal der Plan. Und die sollen mal, äh, hier weiter aufdecken. Was sich denn noch in der Nähe befindet. Beziehungsweise wo dann sich, äh, Rezone befindet. Vielleicht möchten wir da auch mal in den Krieg einsteigen. Einfach mal wissen. Äh, know your enemy. Ist da wieder mal, ähm, wichtig. Und das werde ich, das werde ich, ähm, weiterverfolgen. Ja, Norak. Oh, die sind ja süß. Was wollen uns die denn anhaben? Außer nix. Battle. Tja, Gator Man hat ein bisschen eine Verstärkung. Geil. Sieht man dann schon an diesen ganzen, ähm, tollen Verzauberungen, die hat. Consume Spirit. 9 von 9. Gerne. So, wieder ein bisschen Mana einsammeln. Ist gar nicht schlecht. Jetzt haben wir welche verbraucht durch die ganzen Spells. Und das kriegen wir jetzt so langsam wieder zurück. Die Gegner hebeln wir aus. Das sollte kein Problem darstellen für uns. Denn bis der dran kommt, sind wir mit den Erfahrungspunkten über alle Berge. Ja. Viel gab's ja nicht. Aber immerhin. Immerhin ein bisschen was. Sowas, ähm, gibt sich da. 110 Angriff. Das könnte schon eine kleine Probe werden für uns. Mhm. 63 Angriff. Gar nicht so stark. Ja. Haben einigermaßen Hitpoints. Ich werde trotzdem gleich da mal stehen bleiben. Erskrills. Die könnte ich mir schnappen. Aber ich möchte, also, die würde ich überleben. Aber ich möchte jetzt nicht mitten da reinlaufen. Und, ähm, gefundenes Fressen für die Gegner sein. Weil da wird's wahrscheinlich noch mehr von denen geben. Deswegen werde ich mich erstmal hier so ein bisschen regenerieren. Und dann, ähm, ganz langsam weiter ins Innere vordringen. Xelesia, ja, steht vor dem bösen Quest. Panker Archers. Was habt ihr hier Spannendes? Da gibt's eine Butchers Army. Crop Spider. Ophelians. Ja. Why not? Why not? Schauen wir mal zu den Ophelians und besiegen die mal. Und, äh, ja, Norax Army genau, der steht da. Ich werde speichern. Ganz wichtig. So, und werde jetzt zum Freerider Compound schauen. Ja, nein, ja, nein, ja. Hm. Noch mal in mich gehen. Will ich das? Attacke. So, was erwartet uns da drinnen? Ein Wölfchen. Haulen wir mal und enragen uns. So, was haben wir da? Wir machen 39 Schaden. Der hat mehr Lebenspunkte. Er hat, ja, ein bisschen mehr Lebenspunkte. Hm. Uh, dann würde man viel Schaden machen. 54 bis 108. Und die könnte man wohl aushebeln. Hm. Frage ist, ob wir gleich sehr offensiv starten oder ob wir das erstmal langsam angehen wollen. Hm. Hm. Um. Ambar. 33. Sehr schön. Zweiter Ambar. 18. Okay. year. Weiters. Macht's im blood. Dankeschön. Bakko. Da kommt nicht ganz so weit. Könnten wir Fireball verwenden? Nee, das klappt nicht, dann confusion. Confused, 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 alle quer durch. So, da gibt es erstmal auf den Sack für uns. Aber die Rache folgt auf den Fuß durch die Cave Bear Armee, oder durch den Cave Bear. Der hat auch schon 124 Lebenspunkte, heftig, heftig. Jetzt muss er allerdings ordentlich einstecken. Xelestia hat nichts zum Tamen diesmal. Ich könnte eine Blizzard Scroll verwenden, naja, das macht wenig Sinn. Oder uns heilen, aber das ist, müssen wir auch dabei mal lassen. Pull down to Earth, Lightning Bolt. Hm, wäre eine Idee. Das könnten wir fast machen. Oder Blindness. Ähm... Das wäre vielleicht nicht so cool, wenn er dann die eigenen erwischt, oder erwischt er den eigenen? Wahrscheinlich. Was steht denn da? All Units in a Line, ok, gut, das heißt auch eigene, nicht so geil. Da wäre, mal kannst du heilen, auch nicht, pull down to earth, da würde ich 2 da unten erwischen, ich erwische eigentlich immer 2, da kriege ich wieder die eigenen Leute. Das bringt mir auch nicht allzu viel. Ähm, plus 6. Attack für alle. Nehmen wir mal das. Ok, ähm, du laufst ein bisschen näher, aber bleibst hinten. So, Amberdorf, mach sie mal fertig. Dankeschön. Du machst die hier fertig. Perfekt. Und du kümmerst dich um... Um, 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 um. Die Archers da hinten, passt. Ja, der ist jetzt gefunden und das fressen da vorne natürlich. Bakko. Backo, um, um, zack, ah, zwei Lebenspunkte, so knapp. So. Elf. Komm zurück, um. Ah, ok, ok, ok. So, Wolf. Du darfst auch mal. 14. Amber Schaltet mal die zweiten Arches da hinten aus Der Amber schaltet Ja komm Passt Machen wir die mal fertig Arches Sehr gerne Gut Da lebt dann noch wer Feral Sentry Pulled onto earth Why not Crushed Sollte jetzt ein leichtes sein 36 Und der Cave Bear auch noch Und dann haben wir es geschafft Sehr schön 42 Population Aber das kann noch nicht alles sein Wenn es da gar kein Item gibt Oder gar keinen Hero The Lost Eye Oh The Lost Eye Das wäre eine coole Belohnung Da haben wir noch eine Quest offen Okay He begins to summon Okay wir kriegen es mit einem Summoner zu tun Wahrscheinlich er hier Arneson Boah Der schaut schon ganz schön fett aus Wenn sie mich fragt Und der scheint zu beschwören Ein paar Einheiten So machen wir mal Die ersten da fertig Die Skirima Skirim Sehr schön Freerider Elite Einmal reinhauen Baku darf auch näher kommen Und einmal Confusion sprechen Resisted Resisted Aber immerhin Ein paar sind confused Der Bär kommt nicht ganz hin Das ist schade So Xelesia Xelesia Oh Wir können was tamen Ich habe jetzt verpasst Den zu tamen Ähm Okay Dann Mach was Alternatives Eine Blizzard Scroll Wäre natürlich cool Er kommt gleich dran Wird irgendwas machen Wir könnten ihn blinden Pull down to earth Counterspell Must hit enemies Okay Geht nicht Ähm Gas of wind Adjusted enemies Nicht so wirklich Lightning bolt Auch das klappt nicht Pull down to earth Da kriegen wir wieder nur zwei Einheiten Eventuell den Boss Wird natürlich lustig Weil dann kann der keinen Kann der nichts Äh Spawnen Also nichts nur Erschaffen Schauen wir mal ob das klappt Crashed Passt 21 Clumsy Oh Oha Leute Leute Hört auf Auf den Amber zu gehen So Amber Ähm Wen machst du platt Freeriders Stell dir mal da Ja 20 Amber Stell dich Wohin? Wo er den draufhauen 28 Und tschüss So Amber Da ist die Celestia Also ich würde gerne die Freeriders aushebeln Einfach damit wir die nicht Nein Dodge ist doof Ah Verdammt Dodge ist doof 8 hit points Fireball scroll Skills Shield bash Ähm Das ist alles Das ist doof Und er kommt auch nirgendwo wirklich hin Der gute Bakko Mir schwarnt übles Sagen wir es mal so Cave Bear Jetzt sollten wir mal ein paar Einheiten da platt machen Dankeschön Der Wolf Kommt nicht richtig wohin Naja Ähm Lauf mal Nach vor Lauf mal nach vor Jetzt sollten wir wieder dran sein mit den Amberdoths Richtig Räuchte euch Amberdoth Du könntest den Boss platt machen Ne Geh mal auf die Freeriders Weil sonst Ist gleich Schicht im Schacht Für unseren Amberdoth Das wäre doof Ne Leben immer noch Ich glaub's ja nicht Könnt ihr den bitte mal platt machen Dankeschön Dankeschön Selessia Tame Dankeschön So Boss Preparing to cast Schauen wir mal Ob er noch zum Casten kommt Schnetzeln wir mal Drei Bärchen Acht Schaden Neun Schaden Zwei Schaden Und tschüss Jajaja Perfekt Level Up für Selessia Und sonst hat's auch ein paar Erfahrungspünktchen gegeben Wir haben wieder Population bekommen Und was zu verkaufen Selessia hat ein Level Up Jihihi Coole Sache Ähm Was macht Selessia Erdisciple Ne Ah Letztens hab ich glaub ich Initiative gemacht Dass sie einfach öfter dran kommt Was auch nicht blöd ist Komm das mach ich noch einmal The Lost Eye Nice 30 Fame Wir kommen näher an unseren nächsten Hero Okay Dankeschön Sehr hübsch Sehr hübsch Sehr hübsch So 400 Fame brauchen wir Nice Selessias Army Gratuliere Das war Urknapp Das war richtig knapp 10 Lebenspunkte Also hätten wir nicht die Lebenspunkte Verstärkung gehabt Hätte das hinter sich jetzt gehabt Der Amberdorf So hat das gerade noch knapp geschafft Und das war ein glorreicher Sieg Also die Armee ist wirklich geil Ja und als nächstes können wir unsere Blizzard Die wir uns jetzt aufgespart haben Dann verwenden In diesem Sumpfgebiet Wir erkennen den Boss schon Den ich besiegen möchte Den haben wir schon mal gesehen Aber jetzt sind wir da Um Ähm Ja So richtig auf den Putz zu hauen Und um ihm zu zeigen Freundchen Wir sind zurück Skefs Was seid ihr Süßes Die Frage Ob Zeht ihr aus eigener Einheit Ja doch Nice Die haben 36 Angriff Und 105 Lebenspunkte Schön An sich ganz schön Die kann ich gerne auch irgendwo dazu packen Zehne aus eigener Einheit Können gerne irgendeine Einheit von unseren Verstärken Habe ich gar kein Problem damit So habe ich schon gespeichert Ich speichere gleich noch mal Ich speichere gleich noch mal Ähm Ja ihr seid noch da Ihr habt noch einen Zug vor euch Allerdings Solltet ihr euch erstmal ausruhen Ausrasten Nächster Turn Research ist fertig Mace Battle Axe Und Timber Plus 3 Production Das bringt uns näher Auf unserem Weg In Richtung Army Size Beim nächsten Mal haben wir es dann Was haben wir da noch im First Aid Kit Eine Pike Long Sword Das ist auch super Accuracy for Trained Units Das ist auch geil Auch das Auf das freue ich mich schon Ist wieder was fürs Imperium Und plus Army Size Perfekt Your Settlement Your Settlement has grown At level Timebus Timebus hat brav gelevelt Und jetzt ist die Frage Was können wir machen Growth ist immer noch bei 0 Das ändert sich auch nicht Wir haben übrigens folgende Ende erreicht Nehme ich euch noch mit darauf Zon of control Nehme ich town improvements And decreases Zon of control Vance select Is to decade your city To growth And financial Persuade Okay Aber growth Nicht wirklich oder Sind in der Mitte Fortress wäre eine Idee Conclave Research Und production Gila Geld ist auch nie übel Allerdings So eine zone of control Wäre schon noch nice Weil vielleicht kriegen wir noch Den Die Tempelruinen da Den Außenposten Machen wir das Upgrade Das ist noch In der Mache Wo gehört denn das hin Zu welcher Stadt Achso Leider zu Bagels Bagels geht es ja noch Nicht so gut Die sind noch Mitten im Erforschen Walk per season Material Material Den Hightower Den möchte ich gerne Nach vorpacken Und den Earthshard Ah da gibt es noch Ein Earthshard Dann gehen wir das Material weg Und nehmen wir den Hightower ganz nach vor Das Material Kommt Nach Was habe ich denn jetzt Abgerissen Ähm Hallo Hm Irgendwas habe ich gerade Abgerissen Irgendwas was mir Material geben sollte Ah hier Danke Das bauen wir dann nach Ähm Den Earthshard Das heißt ich muss das Material Auch noch abreißen Und den Ehr Altar Nach vor Geben Genau So Das zweite Wir werden dann Also auch noch einmal Bauen Gut Passt Gut Folgenende haben wir erreicht Wir haben wieder neue Pioniere Das ist sehr schön Endlich wieder Weitersetteln Ich bin ja Sehr stark am überlegen Ob ich nicht mich einfach mal Ganz dreist da unten Hinsiedeln soll Wo es diese coolen Tempel gibt Äh Watershard Und Fireshard Ähm Und da auch nochmal Nette Ogre Und so weiter Einfach mal Kackendreist da In die Mitte Reinsetzen Ähm Ich werde aber Eher Was ist denn Dieses rote Pünktchen da Nicht erkennbar Was da In der Mitte ist Ist jedenfalls kein Typ Der sich hierher Gesetzt hat Ne Ähm Ich werde Aber wahrscheinlich Könnte ich mich hier Einfach irgendwo Erweitern Da gab es ja noch Einige Sachen Die interessant waren Vor allem Äh Das Sumpfgebiet Denn auch das Besteht ja Gehört ja Jemandem Das gehört in dem Fall Diesen Sumpfeinwohnern hier Dem fetten Monstrum Und wenigstens Lässer dem Den gar ausgemacht hat Sind da einige Felder Verfügbar Und da würde ich mich Gerne hinsetteln Und da gibt es Jede Menge Möglichkeiten Dann wahrscheinlich Wieder sehr viele Gute Plätzchen Und da wäre ich Gerne als erster Dort und würde Als erster gerne Zuschlagen Und mir das auch Noch einheimsen Ein bisschen Verbreitern Von dem her Werde ich die Siedler da mal Runterschicken Und ja Mal abwarten Gut ich sage euch mal Danke fürs zuschauen Der X-Starch Folge Lasst mir gerne Einen Kommentar da Und ja Dann War das wieder Ein äußerst erfolgreicher Kampf Von Celestia Die wird wieder Weiterschauen Und eben In Richtung Sumpfmonster Gehen Und da Nehme ich euch Dann natürlich Wieder mit Könnte schon In der nächsten Folge Soweit sein Schauen wir mal Wie sich's ausgeht Wie gesagt Danke Und man sieht sich Schauen wir mal